so liebe freunde warten hat ein ende samstag verdammt noch mal liebe freunde das warten hat ein ende donnerstag 14 uhr ihr wisst bescheid so ihr habt ja felix eben gehört ich hoffe ihr habt auch richtig zugehört er hat nämlich gesagt donnerstag um 14 uhr weil wir mittwoch arbeiten müssen machen wir mal donnerstag was tagsüber so fast so wie früher es könnte in richtung frühschoppen gehen vielleicht vielleicht auch nicht wir haben natürlich auch das ding dass wir den track auch wirklich fertig machen wollen müssen damit der freitag dann im radio läuft und wir am freitag auch wieder arbeiten müssen keine zeit fertig zu machen also muss das donnerstag alles zum tisch gehen ich freue mich sehr ich ruckele extra ein bisschen doll an mein handy damit ihr mich noch besser sehen könnt ok alles klar leute macht gut endlich wieder musik da freuen wir uns mal oder mal oder